Die DRV-News vom 6. September 2024 Guerilla Growing in Prenzlauer Berg USA, Präsidentschaftswahl und Cannabis-Abstimmungen Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk Stroh Shop Herzlich Willkommen bei den DRV-News Ich habe einen bunten Strauß an Sommernachrichten sozusagen Keine richtigen Brecher dabei, aber ein paar nette Details will ich euch doch eben erzählen Und ein paar Vorbemerkungen wie üblich Erster Hinweis, nächste Woche gibt es keine News Da fallen sie mal wieder aus, in zwei Wochen sind wir wieder für euch da Zweiter Hinweis über ein neues Video Hier im Kanal und zwar das letzte Video von unserer Cannabis-Normal-Konferenz Jetzt haben wir tatsächlich komplett online alle Sessions Bis auf die Abschluss-Session, wo es nochmal um Feedback der Leute ging und so weiter Das ersparen wir euch in voller Länge Aber eine haben wir eben noch für euch und zwar ist das meine Session Die einzige, die ich selber auch als Referent gemacht habe Nämlich die Geschichte der Legalisierung Aus einer sehr persönlichen und subjektiven Sicht Eben auch irgendwie meine Rolle innerhalb dieser Legalisierungsbewegung der letzten 25 Jahre oder so Und ich denke, da sind viele interessante Hinweise mit drin Gedanken und so weiter, auch strategische Überlegungen Wie man das ganze Projekt jetzt angeht mit der Legalisierung Vielleicht auch mal, wo was nicht so toll gelaufen ist Und wo Dinge funktioniert haben und so weiter Also ich glaube, in der Tiefe und dem Umfang und der Durchdringung sozusagen Habe ich das noch nirgendwo so geschildert Und ich habe gesagt, eigentlich müsste ich da mal ein Buch drüber schreiben Aber wenn ich das nicht schaffe, dieses Buch zu schreiben Habt ihr immerhin diese Session Und ja, auch viele Kommentare drunter sozusagen Die da ziemlich interessant fand und gut fand und so weiter Und ja, vielleicht versteht man da nochmal eins besser Warum es Sinn macht, immer noch sowas wie den Handverband zu unterstützen Damit wir damit weitermachen können Und ja, die Geschichte der Legalisierung auch zu Ende bringen können Weil natürlich ist uns klar, dass das noch nicht der Fall ist Dann habe ich diese Woche eine Mail an die Wehrbeauftragte der Bundesregierung geschrieben Eva Högl Weil für Soldaten weiterhin ein Cannabiskonsumverbot gelten soll Auch in der Freizeit Was natürlich total ungleich Behandlung und Diskriminierung wieder ist Im Vergleich zu Alkohol Habt ihr auch einen Twitter-Tweet zu verfasst Der ganz gut durch die Decke gegangen ist Und Eva Högl auch markiert hat Ja, also wenn euch das interessiert Guckt euch gerne da nochmal auch ein paar Auszüge aus meiner Mail an Wenn ihr ein Konto habt, liked am besten die ganze Sache auch nochmal Damit ihr auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient Bis jetzt hat Eva Högl nicht geantwortet Wir werden natürlich nachhaken, falls das nicht der Fall ist Und uns auch weitere Maßnahmen überlegen, auch juristisch möglicherweise dagegen vorzugehen Da sind wir auch nebenbei dran an dem Thema Erstmal aber dieser erste offizielle Aufschlag sozusagen mit der Mail an die Wehrbeauftragte des Bundestages Dann haben wir den ersten offiziellen CSC-Unterstützer, also Anbauvereinen Ich hatte letztens gesagt, dass wir jetzt mit den ersten Genehmigungen für Anbauvereine Auch einen neuen Tarif beim Handverband freigeschaltet haben Neben den Firmensponsoren, den privaten Mitgliedschaften und so weiter Jetzt eben auch eine Kategorie der Anbauvereine Mit einem überschaubaren Jahresbetrag denke ich Wir bieten jetzt auch keine individuelle Beratung und so weiter für die einzelnen Vereine Dafür haben wir eben die Dachverbände Aber wir haben massiv dazu beigetragen, überhaupt diese Idee bekannt zu machen über die vielen Jahre Da sind wir auch wieder bei dem History-Ding, von dem ich eben gesprochen habe Und möglichst sinnvolle Rahmenbedingungen versucht durchzusetzen Das ist uns natürlich nicht in allen Fällen gelungen Insofern, das werden wir auch weiterhin tun In diesem Sinne, also alle, die unsere Arbeit auch als Anbauverein unterstützen wollen Die bisherige und die zukünftige Ja, da freuen wir uns, wenn ihr dazu stoßt beim Handverband Und in dem Fall hier ist es tatsächlich die Anbaugemeinschaft Südwest e.V Das ist der erste Anbauverein, der in Rheinland-Pfalz die Genehmigung bekommen hat Da habe ich letzte Woche kurz darüber berichtet Und zack, sind sie jetzt Supporter des Handverbandes Herzlich Willkommen, vielen Dank für eure Unterstützung Zur Anbaugemeinschaft Südwest e.V Dann eine interne Nachricht Ja, so bitte mal alle, die nicht Mitglied sind beim Handverbanddeck hören Fördermitglied Es gibt ein Herbstfest in zwei Wochen Da sind noch Plätze frei Wo das ist, erzähle ich nicht hier im Video Schaut aber mal in die Mails rein Ja, nicht alle gucken ja mal in die E-Mail-Postfächer rein Und was wir da so mailen Zumal wir sowieso da gerade ein bisschen Nicht so regelmäßig unterwegs sind mit der Mailerei Ja, da müssen wir ein bisschen Defizit nochmal nacharbeiten und aufholen Aber jedenfalls die Nachricht zum Herbstfest ist rumgegangen Und kommt da hin Ja, wir sehen uns da Wird nett, wird entspannt, wird beschaulich Zum ersten Mal dürfen wir konsumieren Dann auf dem DAV Herbstfest Hurra, also guckt in die Mails, wenn ihr Mitglieder seid Fördermitglieder Ihr dürft doch Freunde mitbringen da hin Lasst uns da eine schöne Zeit verbringen Dann könnt ihr noch mit einem weiteren Video auf diesem Kanal rechnen Am Sonntag vermutlich ist im Moment der Plan Und das ist wieder mal eine Fremdproduktion Die wir also nicht selber gemacht haben Sondern der Produzent Der auch diese Cannabis- und Führerschein-Doku produziert hat Die ihr hier im Kanal massenhaft gesehen habt Also auch Zugriffszahlen Insofern haben viele von euch das vielleicht gesehen Und damals ist er unter dem Label Wir verdampfen Cannabis unterwegs gewesen Jetzt mit einer neuen Kampagne mit dem Namen Wir klären auf Und es ist eine ganze Reihe Videos geplant Und auch die Veröffentlichung hier bei uns im Kanal Und es geht wieder mal los mit einem Video zum Thema Führerschein und Fahrtauglichkeit bei Patienten insbesondere Also am besten den Kanal auch abonniert Und diese Glocke aktivieren Damit ihr sowas dann auch mitbekommt So jetzt mal in die Nachrichten rein Und zwar haben wir da Einmal Daten und Berichte zu Folgen des Cannabis-Gesetzes Habe ich das jetzt mal zusammengefasst So verschiedene kleine Nachrichten sozusagen Einmal gibt es eine Umfrage Die war von Herrn Schmidt Ipen Media Der ist viel unterwegs im Cannabis-Bereich Als Journalist Und hat jetzt mal nachgefragt Bei den Ländern Wie das denn jetzt bei der Amnestieregung gelaufen ist Wie viele Leute denn jetzt tatsächlich aus dem Gefängnis Freigekommen sind Ihr erinnert euch Das war ja der große Aufstand Bei der Bundesländer Der Justizminister der Bundesländer Hat sich jetzt die Altfälle sich angucken müssen Und vielleicht Leute sogar Ja Leuten Strafen erlassen müssen Meistens wahrscheinlich eher Geldstrafen Aber hier ist speziell gefragt worden Nach Freilassung aus dem Gefängnis Das ist natürlich eher selten Weil es ging ja um Fälle Bei denen es Drum geht Was jetzt nach neuem Gesetz Nach Cannabis-Gesetz Legal gewesen wäre Und wie viele Leute damals noch verurteilt worden sind Und das sind ja eher Kleinigkeiten Besitz von bis zu 30 Gramm ist halt keine Straftat mehr Beziehungsweise 35 in der Öffentlichkeit Jetzt mit dem Ordnungsfähigkeiten-Bereich noch dabei Und eben die Frage Wie viele von denen haben denn jetzt noch Eine Strafe offen Wo das eine Rolle gespielt hat Zumindest ein Besitz in dieser Größenordnung Manchmal war vielleicht auch Bewährungswiderruf Deswegen ja Wo irgendwelche alten Straftaten Eben einen nicht ins Gefängnis gebracht haben Aber dann der Besitz dieser kleinen Menge doch Das wäre vielleicht auch noch ein Fall Wo eine Freilassung in Frage käme Und ja Jede Menge Akten wurden gewälzt Aber sie haben es auch geschafft Ja, das ist soweit abgeschlossen Das ganze Projekt Und deswegen wollten die Das hat ja eigentlich noch ewig verschieben Und so weiter Das hat sich jetzt relativ geräuschlos erledigt Ja, die haben mal Zusatzarbeit gemacht Und gehabt Ungewöhnlich sicherlich auch für ein neues Gesetz Aber eben auch gerecht In dem Fall Wenn man eben festgestellt hat Ja, eigentlich haben wir da Dinge im Straf Die gar kein Ungerecht sind Wie wir jetzt heute wissen Hat alles geregelt haben Also bitte Guckt euch auch die alten Fälle nochmal an Das ist passiert Und es gibt eine Aufschlüsselung dazu Zu verschiedenen Bundesländern Nicht alle haben geantwortet Berlin zum Beispiel Hat natürlich keinen Plan Wie viele Fälle sie da Ob sie überhaupt schon angefangen haben Damit oder nicht Weiß keiner so genau In Berlin halt Nordrhein-Westfalen Konnte keine Angaben Zu den Freigelassenen machen Aber die meisten haben geantwortet Und die Zahl der Fälle liegt dann so Schleswig-Holstein 466 Bis hin zu Bayern 41.500 Die jetzt in dieser Tabelle auftauchen Aber Freilassungen sind viel, viel weniger natürlich Weil wenig Leute eben in dem Zusammenhang Ins Gefängnis gekommen sind Bei diesen kleinen Sachen Um die es jetzt hier eigentlich geht Man sieht aber tatsächlich Dass in den repressiven Ländern Auch mehr Leute freigelassen wurden Weil die vorher offensichtlich Mehr Leute auch wegen Kleinigkeiten In den Knast gebracht haben Und da ist Bayern Spitzenreiter Mit 33 Freilassungen Baden-Württemberg mit 19 Und dann geht es eigentlich In den einstelligen Bereich Rheinland-Pfalz hat noch 11 Leute entlassen Schleswig-Holstein nur einen Menschen Thüringen 3 Also da sieht man auch Hessen 0 Nee, Hamburg 0 Hessen hat 9 Könnt ihr alles nachlesen In dieser Tabelle Das habe ich euch verlinkt Also Kleinkram Kleckerkram Die meisten Bundesländer Haben nur eine einstellige Zahl Von Leuten ein bisschen vorzeitig Aus dem Knast entlassen Und das Ganze ist abgehakt Keine große Sache Insgesamt ist die Zahl der Fälle Höchst überschaubar Und das ganze Drama Ist schon fertig Ja, hat sich erledigt Und in die gleiche Kerbe Haut mein nächster Artikel Den ich zitieren will In der Fulda-Zeitung Gerade nachdem eben Die Polizeigewerkschaften Wieder so ein Theater gemacht haben Und auch auf sozialen Medien Wiederum gejammert haben Dass sie so furchtbar Viel mehr zu tun haben In dem Panamismus gesetzt Wären viel mehr Kontrollen nötig Ja, und dann wäre es Ganz furchtbar viel Arbeit Und dann heißt es ja auch immer Mehr Kriminalität und so weiter Und da gibt es ein paar Zitate In dieser Fulda-Zeitung Die ich euch nicht vorenthalten will Mal was vorlesen will Unter anderem steht da Die Polizei spricht von einer Geringen Anzahl An bisher festgestellten Verstößen Er, also ein Polizeisprecher Spricht von derzeit Polizeilich registrierten Straftaten im unteren Zweistelligen Bereich Die Cannabiskontrollen Bezieht die Polizei Osthessen Laut Bruck In den täglichen Dienst mit ein Zu einem erhöhten Einsatzaufkommen Komme es daher nicht Keine Mehrarbeit für die Polizei Ja, Gewerkschaft GdP macht einen riesen Zirkus Aber wenn man vor Ort mal nachfragt Ja, nö Also eigentlich Da ist hier überhaupt nichts los Ob es einen Bereich In der Innenstadt gibt In dem besonders viel Illegal gekippt wird Könne aufgrund der Geringen Anzahl an Verstößen Derzeit nicht gesagt werden So heller weiter Also ich kann doch nicht mal sagen Ob es irgendwelche Hotspots gibt Ja, weil irgendwie Insgesamt die Zahl der Fälle So klein ist Dass man dann sinnlos Davon zu reden Ja, irgendwelche Schwerpunkte Erhöhte Fallzahlen mit Verstößen Gegen die Auflagen Des Cannabis-Gesetzes Seien dem steuerlichen Staatlichen Schulamt Nicht bekannt Also auch in der Schule Ja, keine Keine erhöhten Fallzahlen Irgendwie wegen Verstößen Im Zusammenhang mit Cannabis Total entspannt Alles ja, überhaupt kein Problem Aber vorher einen Riesen-Therz machen Und mit Polizei immer noch Und behaupten Sie müssten jetzt da Wahnsinnig viel mehr arbeiten Wobei fairerweise In dem Bericht auch steht Dass es mehr Kontrollen gegeben hätte Seitens der Polizei An einer anderen Stelle Ja, wo die hier Einmal sagen Ja, eigentlich machen wir Das am täglichen Dienst mit Andererseits Wurde aber auch mal Hier und da Mehr kontrolliert Auch die Ordnungsämter Waren mal unterwegs Aber letztendlich Können sie es wieder sein lassen Weil Die finden halt nichts Ja, es ist eigentlich nichts los Gibt keine großartigen Verstöße Alles gut Dann Hat der Deutschlandfunk Nochmal Daten zusammengetragen Und nachgezählt Und neue Statistik Zur Frage der Anbauvereine Da sind jetzt Bundesweit insgesamt 280 Anträge Gestellt worden Auf den Betrieb Von Cannabis-Anbauvereinen In Niedersachsen Wurden 27 gestellt Und bereits 11 Genehmigungen erteilt Das ist jetzt hier Die Neuigkeit sozusagen Insbesondere In allen anderen Ländern Zusammen Bislang nur drei Anträge Das wisst ihr aber alles Also diese drei Sind aus Meck-Pom Aus Berlin Und aus Rheinland-Pfalz Das habe ich letzte Woche berichtet Aber neu eben jetzt Die Zahl der Anträge In Genehmigungen In Niedersachsen Ist auf 11 gestiegen Und damit haben wir Insgesamt 14 Genehmigungen In Deutschland Auf Betrieb Eines Cannabis-Anbauvereins 14 Hat scheinbar Und da dann die Handpflanzen Wachsen Und da in der Stadt Dann jeweils Da große Rätselraten Wo kommen die Pflanzen her Und dann gibt man auch Die ganze Diskussion Von wegen Ist das jetzt gefährlich Und was passiert denn jetzt Und eben Nicht nachamtswert In dem Sinne Weil es Straftat ist Also Anbau Auch von Nutzern Irgendwo in der Öffentlichkeit Ist nicht erlaubt Wenn man kein Landwirt ist Und das ist ja immer noch so Insofern Nicht nachmachen Ja Sonst wäre das jetzt hier Ein Aufruf zur Straftat Ich berichte nur darüber Und finde es aber auch Eigentlich ganz witzig Und in dem Fall jetzt hier Das Guerilla-Going Dieses Jahres Das erste Was ich hier in den News habe Kommt aus Prenzlauer Berg Ausgerechnet ja Wo wir ja auch Unser Büro hier haben Das ist gar nicht so weit weg von hier Und wir haben sie nicht gesehen Diese Pflanze Unglaublich In unserem Kiez Die BZ berichtet Ist das legal Zwei Meter Handpflanze Wächst am Gehweg In Prenzlauer Berg Das ist schöne Bilder Auch von den Zeitungen Und Ja Da ist so ein Typ Im Café gegenüber dieser Pflanze Der Der man da hingegangen ist Irgendwann Gesehen hat Oh das ist ja eine schöne Große Pflanze Ja die gieße ich jetzt mal immer Dann hat die dann irgendwie schön Gepippelt irgendwie Aber auch da Ja nicht nachmachen Das könnte euch auch Zum Problem werden In dem Fall Wegen Anbau von Graspflanzen in der Öffentlichkeit Was ihr nicht dürft Und der RBB hat So ein schönes Wheel gemacht Und da geben wir euch jetzt mal Einen ersten Ausschnitt von Am Anfang war das hier Nur ganz viel Unkraut Und das ist ungefähr drei Monate her Oder so Dass ich das erstmal dachte Ups Das Unkraut sieht aber irgendwie Komisch aus Und ja Wir haben es einfach weiter wachsen lassen Ja ist das legal Wie gesagt eher nicht Ja also man darf Auch kein Nutzamt irgendwie Draußen anbauen Vor der Tür Wenn man kein Nutzamt Kein Bauer ist Ja wenn ihr Bauer seid Dann dürft ihr das Aber macht das wahrscheinlich Auch nicht unbedingt In der Stadt Mitten auf der Blumenrawatte Aber es zeigt eben auch Cannabis normal Ja also Selbst in den Medien Noch der Typ da im Café Keiner macht sich Irgendwelche Gedanken Da drum Ja das ist halt Eine Handpflanze Das ist ganz hübsch Und ist halt da Und Interessiert auch keinen So richtig irgendwie Außer da das eben Erstaunt irgendwie Immer noch In einem Medienbericht Hieset dann Das sei sowieso Eine männliche Pflanze Die Voraussetzung Nicht zu gebrauchen ist Das ist auch der übliche Reflex Der dann immer kommt Irgendwie bei der ganzen Diskussion Darum Was ist jetzt mit den Pflanzen hier Das habe ich schon oft gesehen Naja auf jeden Fall Heißt es in dem Fall Die werden gar nicht gefährlich Weil man sich nicht berauschen kann Und dann Kommen aber alle die Die jetzt auf dem Balkon anbauen Gleich in Panik Und denken Hat jetzt das dicke Männchen Da auf der Straße Die ganzen Ladies Aus den Balkons bestäubt Und die dann alle Samen in den Blüten haben Ja also große Aufregung Dann wieder Bei dem Bericht Und auch damit Hat sich der RBB beschäftigt Zweiter Ausschnitt Das ist eindeutig Was denkt ihr Schreibt es mal in die Kommentare Ja auch wir haben Es genau angeguckt Diese Bilder von den Pflanzen Zum Schutz der ganzen Balkongärtner Und so weiter Ja und wir sind eigentlich Ziemlich sicher Es war ein Weibchen Was da auf der Straße wuchs Also insofern Keine große Gefahr Jetzt für die ganzen Balkonanbauer gegeben Bezirksamt hat gewarnt Es kann jederzeit sein Dass wir kommen Und die Pflanzen abräumen Na ja Und weg machen Also voll die Drohung Da kannst du einen Davor aufräumen Früher war ein bisschen Nachrichten Man hört gar nichts mehr Hat natürlich auch mit Sommerpause Zu tun Politisch ist halt auch International nicht viel los Im Sommer Aber heute lohnt sich mal wieder Auch Abstimmungen Volksabstimmungen Weil eben die Initiatoren Dieser Abstimmung Dann davon ausgehen Wenn sowieso eine große Wahl ist Viele Leute sowieso Ins Wahllokal gehen Und deswegen macht man Nicht zu anderen Zeiten Obwohl schwieriger ist Die Leute dahin zu mobilisieren Also ist dann immer Auch große Abstimmerei Über alle möglichen Fragen Angesagt In denen Bundesstaaten Wo überhaupt Volksabstimmungen gibt Ist nicht überall so Aber die meisten Bundesstaaten in den USA Die bisher Cannabis legalisiert haben Haben das per Volksabstimmung gemacht Und nicht per Parlamentsbeschluss Jetzt ist die Liste Der Abstimmungen bekannt Was jetzt also im November Bei den Präsidentschaftswahlen Alles zur Abstimmung steht Auch bei Cannabis Thema Oder es gibt einige Tatsächlich Abstimmungen Zu dem Thema Aber viele Die Nur Kriminalisierung Fordern Eigenanbau fordern Aber keine richtige Legalisierung Im Sinne von Einführung von Fachgeschäften Ja Das gehört ja auch dazu Zur Legalisierung Und da Gibt es nur eine einzige Volksabstimmung Zu dem Punkt Und zwar in Florida Ist ein recht knappes Rennen Die brauchen 60% In dem Fall Wegen irgendeiner Besonderheit Im Rechter In Florida Weil das irgendwie Eine Verfassungsänderung ist Oder so ähnlich Und das ist von den Abstimmungen her Knapp Und Die haben auch Das sogar schon mal Geschafft Aber dann Hat dann irgendwie Der Gouverneur Juan DeSantis Kennen auch viele Der auch Zwischendurch versucht hat Irgendwie als Präsidentschaftskandidat Der Republikaner Durchzukommen An Trump Vorbei Der hat aber Dagegen dann irgendwie Insistiert Und hat das irgendwie nochmal geschafft hat Irgendwie zu kippen Rechtlich Und jetzt kommt Da halt nächstes Mal Diese Abstimmungen So jetzt irgendwie Dass sie nicht mehr Kippen kann Also sehr knapp Und was auch noch Interessant ist Diese Initiative Für die Legalisierung Von Cannabis In Florida Hat ein Rekordbudget 72 Millionen Dollar Hat noch nie gegeben Irgendwie an An PR Budget Für so eine Abstimmung Ja auch im Vergleich Zu unserem Jahresbudget Ist das gigantisch Viel Davon 65 Millionen Alleine von einem einzigen Unternehmen Das von dieser Regelung Profitiert Von daher Vielleicht auch kein Wunder Dass da umgekehrt Jetzt zu den Entkriminalisierungsstaaten Der Eigenanbau Nicht erlaubt sein soll Das ist Es gibt ein paar Andere Staaten Auch wo das so ist Legalisierung ohne Eigenanbau Aber in den allermeisten Staaten Die legalisiert haben Ist natürlich auch Der Eigenanbau legal Hier in Florida Möglicherweise aber nicht Wenn das jetzt durchkommt Was fraglich ist Also ich finde das Ganze Ein bisschen mau Ja wenn man jetzt bedenkt Dass das schon 12 Jahre her ist Die ersten Staaten In den USA Per Volksabstimmung Legalisiert haben Und alle dachten Ja okay Damals dachten ja schon Leute Irgendwie Ja in den USA ist ja jetzt egal Die haben ja die Abstimmung gehabt Und dann kamen irgendwann Die Fernsehbilder Von den Verkaufsstellen Und alle dachten In den USA ist legal Aber ist natürlich nicht so Sind halt die Ein paar mehr Bundesstaaten Immer hinterher geplätschert Und es plätschert halt Wirklich nur noch Also manchmal hatten wir Auch vier auf einmal Oder so Und in manchen Jahren Die dann dazugekommen sind Und jetzt Wenn man ernst nimmt Mit der Regel Dass man Legalisierung Nur rechnet Wenn es Fachgeschäfte gibt Halt nur ein Staat Florida Der dazukommen könnte Und es wirkt knapp Wenn man natürlich hier berichten Hat wird spannend für uns Ob wenigstens das funktioniert In Florida Und ein netter Hintergrund Punkt Ist noch der Dass Donald Trump Der selber auch In Florida Wahlberechtigt ist Davon ausgeht Dass das durchgeht Ja und denkt Ja die Wähler Werden das da jetzt machen Mit der Legalisierung In Florida Und von daher Müssen wir nur drauf gucken Dass das vernünftig wird Und dass jetzt in der Öffentlichkeit Der Konsum Nicht überall stattfindet Ob man nicht überall Jetzt Grasgeruch riechen Das will er jetzt nicht Finde er jetzt nicht gut Aber hat sich quasi damit abgefunden Dass Cannabis legalisiert wird In Florida Da sagt er jedenfalls jetzt Und deutet auch so ein bisschen Damit so eine Einstellungsänderung an Weil er sonst immer Super Hardcore Anti-Drogenkämpfer ist Und Cop-Up mäßig Forderungen stellt Aber bei Cannabis Ist er ein bisschen entspannter Und jetzt vor der Wahl Sagt er das eben auch nochmal Vielleicht auch deswegen Weil es Untersuchungen gibt Dass in den Swing States Also die immer mal Demokratisch Und mal republikanisch Abstimmen Ja die jetzt wichtig sind Im Wahlkampf Dass da die Zustimmung Zur Legalisierung Sehr hoch ist Das hat er sich Vermutlich gesehen In die Umfrage Und will jetzt da ein bisschen Auch die Community Nicht ganz verschrecken Mit irgendwelchen Drastischen Anti-Cannabis-Ansagen Ja und eher Mit so einer entspannten Message Von wegen Naja Also die werden da schon Verabschieden in Florida Und ich nehme das auch Irgendwie so hin Und gleichzeitig Ist er natürlich eine Spitze Gegen seinen Rivalen Ron DeSantis Der Hardcore mäßig Gegen die Legalisierung ist Für die Republikaner Da irgendwie Ein Riesentheater Daraus macht Also auch so ein bisschen Dreckige Wäsche Irgendwie Und gleichzeitig Springt die Harris Darauf an Irgendwie Und sagt Das ist ja ein Hin und Her Zickzack Kurs Da beim Trump Das geht ja gar nicht Irgendwie Hinterkopf Ich bin die richtige Legaliserin Stimmt auch Kamala Harris Hat eine längere Tradition Mit Aussagen Pro Cannabis Reform Aber auch noch nicht ewig Die hat sich auch Irgendwann Umentschieden Früher auch mal Für Prohibition In ihrer Zeit Als Staatsanwältin Hat sich aber schon Viel früher als Trump Locker gemacht Bei dem Thema Das muss man hier schon lassen Andererseits haben wir auch Die Demokraten als Partei Diesmal keine richtige Legalisierung In ihrem Wahlprogramm Drin stehen Das war vorher auch schon mal besser Insofern sind die da auch Nicht ganz vorne dabei Die Demokraten Wie man sich das mal wünschen würde Das mal vorwärts geht In den USA Im demokratischen Wahlprogramm Sieht man davon nichts So und außerdem Legalisierung sind Naja Also auch Gegner Am 7.9. 10.9. Eine Podiumsdiskussion Messe da Inter Tabak Heißt die glaube ich Größte Tabakmesse der Welt Irgend so was Messe alle Dortmund Richtig fett Und da gibt es jetzt eben auch So eine Cannabis Business Expo Von den Machern Der Cannabis In der Schweiz Da bin ich auch Als Redner dabei Aber ist halt Business Nicht jetzt irgendwie Ein Konsumenten Dings da Aber ja Habt das auch mal gehört Und das war es für heute Ja also Bald werden die Nachrichten Wahrscheinlich wieder Deutschschauen Politischer Und aufregender Hier Aber erstmal Diese kleine Sommer Zwischendurch Versionen Könnt ihr trotzdem liken Ich kann nichts dafür Dass keine weltbewegenden Nachrichten sind Also von daher Kleines Trostlike vielleicht Und ja Kanal abonnieren Glocke aktivieren Ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Und einen grusamen Abend Bis zum nächsten Mal consang Bis zum nächsten Mal peek Bis zum nächsten Mal